Ich bin Maik von Grünigen und ich bin aus der Schweiz. Es freut mich sehr, jetzt neu als Ambassador von Goldwin zu arbeiten. Es sind neue spannende Produkte auf dem Markt. Die neue G-Titanic ist neu entwickelt, ist ein schlichtes Design. Es gibt auch ein neues Logo und auch die Verarbeitung vom neuen Material ist mit Gore-Tex sehr high-Technologie. Man spürt es aber nicht, es ist sehr fein zum Tragen, ein schöner Tragekomfort. Und das ist wirklich eine fortschrittliche Entwicklung in den letzten paar Monaten. Es ist auch von der Wärme her, es ist sehr warm geworden. Auch das neue Material von Goldwin, das Kondenshi, ist super angenehm zum Tragen. Und es gibt sehr warm in der Frontpartie, aber auch die Arme und so, auch wenn es draussen sehr kalt ist, ist es sehr angenehm und sehr warm zu tragen. Ja, auch im funktionellen Bereich ist das neue Produkt G-Titan sehr ausgearbeitet. Es gibt verschiedene Säcke, Taschen und so und ist wirklich ein High-Technologie-Produkt. Ich bin Mike von Grüningen, komme aus der Schweiz. Ich bin ein ehemaliger Skirennfahrer für viele Jahre im Weltcup und Olympia-Weltmeisterschaften. Und jetzt bin ich neuer Ambassador für Goldwin. Und es gibt bei Goldwin ein Rebranding vom neuen Logo. Und auch möchten wir ganz speziell die Zielgruppe öffnen. Es ist nicht nur für Top-Sportler, sondern es ist auch für den Bereich Lifestyle-Skiing gedacht. Und zwar für die ganze Welt offen. Und ich freue mich sehr, jetzt auf diesem Level mit Goldwin zusammenzuarbeiten. Ja, ich freue mich jetzt auf den Winter. Und ich freue mich auch mit den neuen Goldwin-Kleidern auf die Piste zu gehen. Und wir hoffen auf viel Schnee in der ganzen Welt.